Hallo und herzlich willkommen zurück hier, Heroes of the Storm. Weitere Folge, Sledgehammer jetzt endlich Stufe 6, ne lang 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 ist her, aber muss ja... What the, what the, wuuuuh! It's a bird time! Okay. So diene ich. Und auch hier habe ich mich vertan. Ne, doch nicht. Siehst du da, Averture 100 Siege, Hellenliga. Ja. Von 128. Ja, richtig. Siege. Ja. Ey, wir müssen gewinnen. Ich will eine 100%-Quote haben. Okay, ich spiele Averture. In dieser Liga kannst du allein oder in einer Gruppe mit einem anderen Spieler gegen spielerähnlichen Gönnes anreden. Guck mal, nur 2% aller Spieler sind hier im Banking. Okay. Das ist voll der Quatsch. Dieter! Oh my gosh. Welche Karte? Karten der Ängste. Soll ich Tool wieder nehmen? Ja. So diene ich. Ah, wir haben Enemy Jaina auf jeden Fall. Schmeiden, die ich abhören kann. Meine Klingen gehören euch. Gehören euch, gehören euch. Bitte nicht Seratul, bitte nicht Seratul, bitte nicht Seratul. Wir haben es für einen Abend, Tore. Oh nee, TC bestimmt. Ja, macht's spannend. Want to buy heal? Nix. Was heißt das? Want to buy heal. Kann er vergessen oder was? Nichts hält den Schwarm auf. Oha. Spam! Ich will keinen Healer spielen. Mach ich auch nicht. Ne, mach ich nicht. Ich hab mich letztens breitschlagen lassen, als es hieß, ja, wie nie Healer, hab ich Healer gespielt und dann auf die Nase gekriegt. Ne, ne. Hey. Jetzt musst du ein Range-D.D. nehmen. Ich muss gar nichts. Aber ich sag dir nur, wir haben nichts Range außer den Hammer. Ja. Okay. Fäller. Nein. Can you heal? Ey, jetzt haben wir... So diene ich. Nix heal. Cool. Sing. GG. Nix heal. Nix heal. ASDQWE. Nix heal. ASDQWE. Nix heal. Ganz ehrlich, mit nem Hammer, mit nem Abatour und mit ner Kerrigan und ner Sonja, der hätte ne Healer auch keinen Difference gemacht. Ohne Scheiß. Echt nicht. Wen soll ich healen? Ne Abatour oder was? Oder den Tank, der alleine auf ner Lane ist? Wen soll ich healen? Sonja alleine. Ja, hallo, ich geh mit Sonja. Uh. Die kann sich selber heilen. Nix. Ich mach kein Nila. Schön, aber... Schön, äh, Seratul. Welche... Appeln. So diene ich. Also wir müssen... Die lieben doch jetzt bestimmt Dederick. Wir müssen nur bis Ende 20 durchhalten. Dann hab ich ein Double Inject und dann haben wir einen Riesenvorteil. Er weckt meine Pflanzen. Er weckt meine Pflanzen zurück. Zweite Runde Hellenäger in meinem Leben. Leider nicht, aber auf dem Account. Leider. Das! Oh Gott, ja! Hast du eigentlich im Klanschmer darüber nachgedacht, Final Fantasy zu spielen? Also online? Nein. Warum nicht? Ich bin kein Fan. Schon mal ausprobiert? Nein. Wo ist denn das Problem? Ach, ich weiß nicht. Das ist genauso ein MMO wie jedes andere auch. Ja, ich weiß. Gerade deshalb. Bei MMOs, da bin ich immer der, der von Anfang an in den See sticht. Und nicht der, der kommt, wenn... Wenn die Flut schon war. Und, äh... Was für eine Metapher soll das sein? Der See bereits ausgetrocknet ist. Jetzt geht das Geflame los. Äh, Loob, Seratul. Yes. Äh, yes. Yes, Loob. Wollen wir uns etwas amüsieren, Seratul? Ach, das Spiel verlassen. Ja, war klar. Gar kein Problem. Dann pick ihn doch mal aus. Damit er dir folgt. Nee, mir soll nichts folgen. Ich bin Seratul, Junge. Oh, ein Held ist in den Kampf zurückgekehrt. Zehn Sekunden. Ist nicht genau. Also Elf-Bilding-Problem. Why we have two Spezialists. No support. Zwei, drei, zwei, eins. Kämpft, tötet, tat meine Sporen in die Welt. Hey, Junge, bitte schlüpfe mich rein und lass uns die jetzt richtig abholen. Aber, sub, ja. Warte, warte, warte. Ey, ein Treffer, Junge. Ja, was soll ich machen? Ich wäre gestorben. Was soll ich machen? Ey, Frisbee! Ja, kannst du machen, was du willst, oder was? Ich auch hätte gesagt. Komm. Oh, das war ein Pettel. Nein! Warum, lass mal gewinnen. In der Mitte ist Keltas. Ich gehe hin. Bist du noch bei mir? Ja. Gut. Du hast ja den Overlord über dir. Ja, aber da habe ich gerade nicht drauf geachtet. Okay, go. Ja, wahrscheinlich ist es zu früh noch, weil die zu schnell respawnen. Kerrigan macht ein Schläfchen. Ja, Kerrigan AFK. Bist du da? Ja. Ich bin mit dem Hammer gerade drin. Der Brot ist drin. Hilfe. Aber jetzt bin ich da. Sequenzen. Verschärbt. Verbeßert. Nein. Ich habe geruptet. Ah! Ah! I had first peek. Ich mache Porta back in, man. Ah, geh in den anderen rein. Ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Hey. Full life. Zwei fast tot, Junge. Und die geht weg. Kerrigan, lol. Junge. Ja, jetzt ist wieder alles zu spät. Jetzt sind wir alle voll gereckt, Junge. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Nein, 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 nein. Ah, what the fuck is... Ich muss wieder weg. Sorry. Ich kriege einen halben Herz, Kasper, hier, ey. Ich muss noch einen Lanes machen, Mann. Und was mit dem Monster? Ja, Monster may be, aber... Wir verlieren zu krass viel XP. Guck dir das mal an. Wir sind schon ein Level hinten. Und das, obwohl wir mehr Kills haben. So, ich bin da. Deshalb mache ich jetzt auch weg hier. Ah! No team, no win! Das fällt mir ja früh ein. Kann man gut eben. Was ist das denn? Really? Suppe das Salok. Unser Seastate ist da vorne übelst alone. Ich gehe mal zur Hilfe. Weil er wird mit Sicherheit gleich angegriffen. Da ist es auch schon so. Ich werde dir gleich folgen. Das geht, das. Damn, Junge. Alter, was war das denn für ein Bug? Na ja, jetzt werden wir geklappt. Dann haben wir gereicht. Oh, Keltas. Hilfe! Hilfe! Oh, Gott sei Dank. Die Keltas-Ownage ist real. Schiebe es ab. Äh, wir losen. Wir tun sehr viel. Warte mal ab, Junge. Ist da ein Tool in der Höhe? Wie profitieren wir uns? Wenn unsere Leute natürlich die ganze Zeit platzen, dann bringt das nichts, wenn ich welche abhole. Ey, 6 zu 7. Was soll das denn? Guck dir das mal an. Was macht der denn? Ich werde meine Bestimmung. Oh, jawohl. Ah, jawohl. Hilfe! Ah, ich habe einen rausgenommen und dann port er weg, ne? Ist klar. Wir. Wir. Bitte schön. So will es halt nur sein. Ihr habt das gegnerische Ungeheuer vernichtet. Okay. 7-0. In der Mitte ist Action. Ah, sind alle, ne? Ah. Das ist zu viel. Alle ist zu viel. Aber es ist in der Mauer. Ja, aber es ist trotzdem zu viel. Ich kann hier meine Kerle werfen, aber das war es auch schon. Äh, das ist viel zu viel. Da kann ich nichts machen. Was macht das denn? Die Kavallerie. Die Kavallerie ist da. Da, tipp. Wo ist der Rest, Alter? Wo ist unsere Sonja, Junge? Nö, ich mach'n Camp. Alter. Jetzt ist der Vorteil gleich wieder verspielt, dass einer down ist. Der muss eh level 10, ne? Muss auch passen. See you alone. Carry your load vorbei. Kriegt auf den Sack. Macht nichts. Alter. Nicht dein Ernst jetzt. Nicht dein Ernst. Sorry, aber das muss einfach mal gesagt werden. Mustee. Alter. Ist das dein Ernst? Ja, die sind zu fünft, Mann. Aber wir sind auch zu fünft, mindestens. Ja. Du hast nie, ne? Ja, ja. Ich kann drei, zu split them, bis mal Ult. Greif da einfach mal um. Was für Wegporten, zur Not. Ich glaube, da hast du ja nicht mehr. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich wollte nur mit der Ulti die Hälfte wegnehmen, weißt du? Immer kälter ist auf mich. Ah, ich muss weg. Sorry, sorry. Wie prophezeit. Alter. So was habe ich auch noch nie erlebt, ne? Keiner macht Lanes. Ja, dann brauche ich mich nicht zu wundern, dass Seratul nicht funktioniert. Ey, die Gegner machen ja auch keine Lanes, ne? Ja, ja. Ach, das meinst du? Ja. Ich kann nichts machen, wenn die im Team sind, siehste. Ich kriege nur auf die Fresse. Und die machen sich in die Hose mit Full Life, alter. Und Abbeduber. Ja, es ist echt Verschwendung an Manpower, ey. Ich glaube, wir hätten das Monster noch gar nicht, ne? Ne. Ich bin jetzt schon zweimal gestorben, weil ich verkrampft versucht habe, einen Kill zu machen. Kerrigan, ne? Junge, bitte. Alter. Die Fokus in mich auch irgendwie hat. Ausgerechnet jetzt. Okay. Das ist ja das, der weg will. Ja, gegen Mitte-Ende wird sich das ein bisschen mehr auszahlen, weil der Respawn-Linger ist. Du kannst auch mal in die Nähe von meinem Monster gucken. Ich werde bestimmt nicht einer kommen, das aufhalten. Ich habe gerade deren Nüsse gesammelt da. Okay. Die werden jetzt bestimmt kommen. Was soll ich machen? Zu meinem Monster kommen. Die werden das bestimmt jetzt angreifen. Ja, warte mal. Hier ist gerade oben, Spiegelerei. Ah, nein, nein, nein. Tanzen, Dreck. Ey, wie knapp das ist, ne? Oh, es fehlt ein Müh nur. Müh. Um die zu killen. Ich bringe euren Untergang. Bald schon wird euer Gegner über ein Ungeheuer verfügt. Oh, das ist ja auch. Verpetzt. Ach, die verflögen nur ein Ungeheuer. Ja, mal wieder. Mal wieder. Ich bin jetzt um hier herum Scheiße Entomps immer das kält das ne muss kurz pool was kommt da raus ich mach jetzt erstmal porter weg und dann ja dann macht das doch einfach kerrigan bitte um unterstützung kerrigan schafft und kämpft nicht alleine ach so dann gucken wir doch mal okay er spielt auf springen anspringen dann los kerrigan und denkt machen wir das schon denn ich bin hier zum abholen da oder auch nicht tot 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 ja zehn jahres dann vom suicide sonja ja kerrigan einsicht und habt ihr eine weitere nacht überlebt erbaut erntet die früchte eurer bemühungen helden erweckt mein ungeheuer zum leben warum du das ungeheuer wird sich auf den gegnerischen vorstürzen es ist halt doof dass das wir auf das spiel eingegangen sind in der runde wir hätten lanes machen sollen und schön splitten weil wenn die gesplittet sind kann ich auch mehr abholen aber so gegen fünferteam kann ich wenig machen und das wissen sie das ist ja er hat mich gesehen alles klar tschüss tschüss oh Gott greif einfach an mit dem ding so viel du kannst und dann ist gut die kerrigan kannst du auch knicken junge wie viele hast du dran alle mindestens zwei ah alle ok eins zwei drei alle ja was soll ich machen einschlag ich bin da und 32 lang ey sehe ich das richtig da hinten ist kälter's alone dann gehe ich da mal hin mhm ach etc ist schon auf dem weg es ist doch echt zum verrückt werden da ist sagara alone da machen wir da auch nicht euer ungeheuer wurde jetzt kommt ja das party zu hart und jetzt und jetzt ja ja ah mein Junge oah oah ja 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 oah 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 bum und jetzt oah wollte ich grad sagen und jetzt back ach kerrigan bleibt einfach stehen tschüss Wie weit ist das denn? Okay, sieht doch nicht so aus. Ja, lauf noch zu mir mit deiner lebenden Bombe, Junge. Das checken die auch nie, ne? Hilf mir Serratul! Stimmt Serratul auch. Also, ich splitte sie noch mal ein bisschen auf. Alles in allem ist doch okay. Also, in Gebäudetemäßig sind wir ausgeglichen. Wir können es noch gewinnen, sagen wir es mal so. Gebäudemäßig und auch Levelmäßig sind wir einigermaßen ausgeglichen. Wir dürfen nicht sagen. Ja, toll. Gleich sind wir 20, Junge. Dann geht es richtig ab. Ich werde auf jeden Fall die Nexus Kling skillen. Weiß ich jetzt schon. Was auch sonst. Nexus Kling. Doch, wir sind doch in Überzahl. Oh Gott, da muss es nicht noch touchen lassen. Warum denn? Wir kommen. So. Wo ist der ETC? Wow. Ja. Ja, toll. Tanzen nach dem Tod, ne? Voll cool. Ah, ja. Alles Serratul Abatur schuld, dass wir verlieren. Einmal was für... Wo ist die Zagara? Hier war eine Zagara. Wir müssen das nutzen. Death Rotation. Nein, 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 nein. Hilfe. Gott, scheiße. Ich muss weg hier. Aber das mussten wir nutzen. Da ist Kältas alone. Wie prophezeit. Wo ist der Geld das? Aber jetzt sind die auch schon wieder zu Fürth, ne? Ja, aber gleich auf einer hochkommen zu mir, auf jeden Fall. Ich kann nur nicht versprechen, dass es bald ist. Manchmal geht es schnell, manchmal dauert es länger. Ja, ich gehe jetzt erstmal. Wir wollen runter. Da muss ich dir mal helfen. Ja, ihr ist Action. Unten. Ich glaube. Ich weiß, die Kunden cool da. Wir sind im Bossfight. Da können wir die vielleicht kriegen. Okay. Oh, nee. Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, ich lebe in die Bombe. Ich muss hier auf der Becke machen. Ich werde jetzt ein Platz, die geslatt werden. Soll ich die Pflanze holen? Ja. Die Versuchten werden zurückkehren. Das Ungeheuer wartet, Helden. Reißt seine Macht an euch. Ausgelistet. Ich gehe erstmal Mitte. Und dann, äh, Bot oder was? Weil du Top bist mit deinem Ding. Ja, Top ist gerade vorbei. Aber der Tower ist fast down. Okay. Aber vielleicht kriege ich Top noch so mit den Möpsen. Die Pretty S-Möpsen. Nee. Kälter Lars ist am Start. Für eure Gegner ist ein Ungeheuer herangehört. Jetzt ist die Pflanze um die direkt Top gelaufen. Ja. Warte ich vor. Hier einen Schlag. Geh dann. Dann einen Schlag. Oh. Oh, oh, oh. Ich geh. 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 Ja, L3. Ja, keine Chance. Du hast Porte. Ja. Denn Abadour, äh. Ja, ja, ja. Hab ich doch schon längst. Hab ich doch schon längst benutzt. Also. Ich muss die Ulti benutzen. auch. Wenn unsere Mates jetzt die Pflanze killen. Wir haben nämlich noch alle drei Buildings. Ja. Wir haben beide. Kämpf doch! Ach. Beide Dinger da. Drecks Tank, Junge. Nein. Oh. Ja. Ja. Jawoll. Wieder einer Daun. Ich komm. I'm on it. Nein, du musst hier unten mal decken, ja. Ja, ja. Ich weiß. wo sind sie wo sind sie ich will einen einzelnen haben Lilly ist da Lilly ist top ja hab ich gesehen aber bestimmt nicht alleine oder die Nacht bricht erneut rein na die haben hier ein Camp geholt ich bin voll auf Streife hier welch eine freudige Nacht, um wahr zu sein nein nein never alone, ne es ist zum Mäusemelken jetzt Lilly, die wollen mich hart, die wollen mich hart, Alter sie wollen mich so hart Kiel Deservator, bait ihn wie der Kelter so gestorben wäre, wäre er nicht alleine gewesen wäre er alleine gewesen, meine ich, oder Jaina auch spielen und reden und zocken und alles auf einmal und das ist irgendwie bin ich nicht mehr so gut wie früher aber immer mit dem Multitaskings meine ich dann habe ich manchmal so Sprachkirmes, ne weißt du wie der ist weißt du wie der ist weißt du wie der ist so die Ehregebieter dreimal gestorben nur bisher so ich nehme ja, nehme es 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 ich werde meine Bestimmung erfüllen ja, die haben die Pflanze aufgeholt ja, die haben die Pflanze aufgeholt ey Mann, 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 Mann weißt du was, ich spiele jetzt mal ein ne, du, ach schade, Alter kannst du Pressure machen alleine? dafür habe ich sie eingefroren dass wir ein bisschen mehr vorkommen ja, aber das habe ich gebraucht weil ich nicht mal das Shield runtergekriegt nein neiiiiiin oh oh ich bin zu low ich bin zu low das ist ein Problem ich bin zu low la 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 ach so, der Hammer ja, toll la 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 geopfert aber hat immerhin ein bisschen Schaden gemacht euer Ungeheuer wurde getrennt ja, ja, genau rest is yours, Alter das war alles dein Verdienst, oder was? Junge, Junge, Junge ich werde meine Bestimmung erfüllen ich weiß nicht wenn ich drangehe, werde ich aufgedeckt, weißt du mhm das ist ein Problem boah, da wurde ein Camp gemacht von irgendwem ah nein nein, woher sieht der mich denn schon wieder ah der große Kenner, da ist Jaina, Junge Jaina und Lili, sind zu zweit, Alter warum holen wir die jetzt nicht, hä? ich glaube ich bin rausgeflogen ja neiiiiiin komm inaktivität aus dem Spiel entfernen ist klar steht da ich war voll inaktiv es steht da ich habe noch nicht mal so eine Warnung bekommen du warst zu inaktiv mhm total spawne ich jetzt mitten im Feld, oder was? hä? du siehst ja, wo du bist hier eyy jetzt muss ich hier noch eine Minute warten, bis das eyy 30 Sekunden muss ich noch warten, Junge eyy Heldenliga bist du inaktiv? ja, ich war total inaktiv ja, ich war total inaktiv wieso steigt die Zahl schon wieder? ja, du immer noch zu inaktiv bist, wahrscheinlich ey, bin ich jetzt tot, oder was? du willst doch nicht gut mach dir keine Genie warum leuchte ich so krass? krass mal auf guck mal okay, jetzt nicht mehr uuuhuuhuuhu sorry guys so die Ehre gebietet auuuhu bringt der Hammer erst zu Ende nur, ne? ich bin jetzt wieder von Keltas abgeholt lass natürlich jetzt auf oh Gott, warum? wo ist Keltas? da das ist jetzt natürlich too late, ne? oder? alter, woher hat der das Schiff gekriegt? wuuhuuhuuhu oh, Siratulabat wuuhuuhu 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 ich wollt noch was schreiben wuuhuuhu 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 205.000 damage aber ich habe andere stats als du. Guck mal meine stats, vergleich ich die mal mit deinen. Hä? Krass. Vielleicht weil ich rausgeflogen bin. Weil ich nicht alles miterlebt habe. Die Talents sind bei mir auch buggy. Schade. Aber win is win, Guys. Ich hoffe euch hat es gefallen.